Ich meine jetzt, kannst du da... Wenn ich es auch schneide, kannst du ihn dann da drauf nehmen? Innen. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich hoffe es. Also einschneide ich ungefähr so groß. Und wenn er aufgeht, dann muss er schon kurz nicht anders sein. Sobald wir den Tesseract haben können Sie... Nicht warten. Er drückt dann... Ja, ich hatte das. ...durch alles, was eine Satellitenverbindung hat, können wir dann sehen und hören. So schnell werden wir trotzdem nicht. Ja, ich muss schon wissen, die große Stücke. Ja, ich habe den, die große Anschnitte. Ich habe auch noch zwei Schnittungen fertig.